Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Niemand außer Michael wollte helfen. Niemand außer Michael wollte helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Präsident, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Werden Sie fortfahren? Werden Sie fortfahren? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen. Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Französisch sprechen. Ich kann Englisch und Französisch sprechen. Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet, aber er kam endlich. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet, aber er kam endlich. Er kam am Morgen. Er kam am Morgen. Welche Farbe hat der Türgriff? Welche Farbe hat der Türgriff? Mein Türgriff ist gelb. Mein Türgriff ist gelb. Mein Türgriff ist weiß. Mein Türgriff ist weiß. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, ich werde teilnehmen. Ja, ich werde teilnehmen. Nein, ich war schon einmal dabei. Nein, ich war schon einmal dabei. Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Das wäre toll, sollen wir ein Picknick machen? Das wäre toll, sollen wir ein Picknick machen? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Ja, ich habe es zweimal gesehen. Ja, ich habe es zweimal gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Haben Sie heute ein Buch gelesen? Haben Sie heute ein Buch gelesen? Ja, ich habe drei Bücher gelesen. Ja, ich habe drei Bücher gelesen. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Hast du einen Cousin? Hast du einen Cousin? Ja, ich habe zwei Cousins. Ja, ich habe zwei Cousins. Nein, ich habe keine Cousesse. Wie ist er? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Wie viel kostet es? 30 Dollar. 30 Dollar. Alles für 20 Lira. Alles für 20 Lira. Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wir werden in zwei Stunden zu Hause sein. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Nein. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank. Wirst du Matheunterricht nehmen? Wirst du Matheunterricht nehmen? Nein. Ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Nein. Ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Ja. Ich muss diese Prüfung ablegen. Ja. Ich muss diese Prüfung ablegen. Welche Wörter hast du heute gelernt? Welche Wörter hast du heute gelernt? Heute habe ich die Wörter, Fokus, und, Spezifisch, gelernt. Heute habe ich die Wörter, Fokus, und, Spezifisch, gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Wie viele Stunden hast du gelernt? Wie viele Stunden hast du gelernt? Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Wie heißt dein Vater? Wie heißt dein Vater? Der Name meines Vaters ist Michael. Der Name meines Vaters ist Michael. Ich kenne den Namen meines Vaters nicht. Ich kenne den Namen meines Vaters nicht. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Ich habe keine großen Hobbys. Ich habe keine großen Hobbys. Ich liebe es, Musik zu hören. Ich liebe es, Musik zu hören. Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe den Matheunterricht. Ich liebe den Matheunterricht. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Bist du ein Ingenieur? Bist du ein Ingenieur? Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung. Nein, ich bin kein Ingenieur. Nein, ich bin kein Ingenieur. Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Ja, ich habe die Telefone gesehen. Ja, ich habe die Telefone gesehen. Nur Tommy hatte seine Tasche. Nur Tommy hatte seine Tasche. Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Mutter. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe mit meinem Bruder. Ich lebe mit meinem Bruder. Sollen wir einmal ein Match spielen? Sollen wir einmal ein Match spielen? Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Lasst uns gleich loslegen. Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Es ist notwendig, sich mit den System-Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System-Teams für das Projekt zu treffen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Wie hast du Englisch gelernt? Wie hast du Englisch gelernt? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es in England gelernt. Ich habe es in England gelernt. Ich habe aus Filmen gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Deshalb werde ich nicht gehen. Deshalb werde ich nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht gehen. Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ja, mein Knöchel tut weh. Ja, mein Knöchel tut weh. Nein, ich habe keine Probleme. Nein, ich habe keine Probleme. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Was sollen wir morgen tun? Was sollen wir morgen tun? Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? 16 Uhr 16 Uhr Es ist 20 vor 10. Es ist 20 vor 10. Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Nein, das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Sollen wir einmal Schach spielen? Sollen wir einmal Schach spielen? Wir können einmal spielen. Wir können einmal spielen. Was war das Thema des Treffens, das sie im Büro abgehalten haben? Es ging um die heute einigen Gene Kundenbeschwerde. Es ging um die heute einigen Gene Kundenbeschwerde. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Ich studierte. Ich studierte. Was ist im Glas? Was ist im Glas? Es gibt Erdbeermarmelade. Es gibt Erdbeermarmelade. Im Glas ist Honig. Im Glas ist Honig. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Ja, ich denke, es könnte Merkuri sein. Ja, ich denke, es könnte Merkuri sein. Ja, nennen wir es Protex, wenn es zu Sanada passt. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sie werden nach mir suchen. Sie werden nach mir suchen. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Ja, ich war so verrückt. Ja, ich war so verrückt. Nein, ich hatte keinen Hunger. Nein, ich hatte keinen Hunger. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Lieben Sie ihn? Ja, liebst du ihn? Ja, liebst du ihn? Ich habe es früher geliebt. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Nein, es ist niemand im Auto. Nein, es ist niemand im Auto. Ich habe niemanden gesehen. Was steht heute auf der Agenda? Was steht heute auf der Agenda? Wir müssen den Übergang heute planen. Wir müssen den Übergang heute planen. Wir haben heute nur ein Problem. Wir werden es uns ansehen. 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 fahren. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? Kann ich Saft haben? Ich möchte jetzt nichts kaufen. Ich möchte jetzt nichts kaufen. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Wie ist das Wetter in Paris? Wie ist das Wetter in Paris? Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Was hast du gestern Abend gemacht? Was hast du gestern Abend gemacht? Ich bin tanzen gegangen. Ich bin tanzen gegangen. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Welche Kunstzweige mögen Sie? Welche Kunstzweige mögen Sie? Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Wessen Stift ist das? Wessen Stift ist das? Dieser Stift gehört meinem Bruder. Dieser Stift gehört meinem Bruder. Der Stift meines Bruders Der Stift meines Bruders Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Ja, wir haben zwei Alternativen. Ja, wir haben zwei Alternativen. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich schaue Filme. Ich schaue Filme. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich mache Hausarbeit. Ich mache Hausarbeit. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Ich werde in zwei Stunden sprechen. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Das Treffen wurde verschoben. Das Treffen wurde verschoben. Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Was denkst du über dieses Spiel? Was denkst du über dieses Spiel? Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wir haben gut gespielt. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Ja, kann ich etwas Tee haben? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Müssen wir Büromaterial bestellen? Müssen wir Büromaterial bestellen? Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Bitte sofort bestellen. Bitte sofort bestellen. Was tun in Zeiten der Schulden? Was tun in Zeiten der Schulden? Ich studiere. Ich studiere. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Was ist der Zweck dieses Projekts? Was ist der Zweck dieses Projekts? Dieses Projekt wird unsere Kosten senken. Dieses Projekt wird unsere Kosten senken. Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern. Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern. Wer kam zur Schule? Wer kam zur Schule? Der Minister für nationale Bildung kam. Der Minister für nationale Bildung kam. Mein alter Lehrer kam. Mein alter Lehrer kam. Was für ein Mann ist Michael? Was für ein Mann ist Michael? Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Warum fragst du? Warum fragst du? Wie viele Leute waren draußen? Wie viele Leute waren draußen? Es waren drei Männer. Es waren drei Männer. Fünf Mädchen warteten draußen. Fünf Mädchen warteten draußen. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Wie lautet der alte Name dieser Schule? Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Was kostet diese Hose? Was kostet diese Hose? 23 Dollar 23 Dollar Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Werden wir heute ein Treffen haben? Werden wir heute ein Treffen haben? Ja, wir schaffen es in drei Stunden. Ja, wir schaffen es in drei Stunden. Wir werden es heute nicht tun. Wir werden es heute nicht tun. Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Vater? Nicht schlecht. Funktioniert weiter. Nicht schlecht. Funktioniert weiter. Etwas unbequem. Etwas unbequem. Ist der Name ihres Bruders Michael? Ist der Name ihres Bruders Michael? Nein. Der Name meines Bruders ist Tom. Nein. Der Name meines Bruders ist Tom. Wer kam nach Hause? Wer kam nach Hause? Michael kam früh am Morgen an. Michael kam früh am Morgen an. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ich habe nur drei ältere Brüder. Ich habe nur drei ältere Brüder. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Nein. Nein. Alles funktioniert. Nein. Alles funktioniert. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Einige von uns werden nicht kommen können, weil sie unterwegs sind. Einige von uns werden nicht kommen können, weil sie unterwegs sind. Möchten sie Äpfel kaufen? Möchten sie Äpfel kaufen? Ja. Kannst du mir drei Kilo geben? Ja. Kannst du mir drei Kilo geben? Nein. Nein. Ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Nein. Ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Mein Bruder kam gleich danach. Mein Bruder kam gleich danach. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Mein Auto. Mein Auto. Nicht unseres. Nicht unseres. Hast du morgen eine Prüfung? Hast du morgen eine Prüfung? Ja. Ich habe morgen eine Mathe-Prüfung. Ja. Ich habe morgen eine Mathe-Prüfung. Nein. Ich habe keine Prüfungen. Nein. Ich habe keine Prüfungen. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich liebe Fruchtsäfte. Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich muss dringend gehen. Ich muss dringend gehen. Welche Farben gefallen dir? Welche Farben gefallen dir? Ich liebe die Farbe gelb. Ich liebe die Farbe gelb. Ich liebe die Farbe blau. Ich liebe die Farbe blau. Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Ja, ich bin bereit. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Kommst du auch? Kommst du auch? Ja, ich werde kommen. Ja, ich werde kommen. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Könnten Sie dieses Tor erzielen? Könnten Sie dieses Tor erzielen? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Welche Farbe findest du schöner? Welche Farbe findest du schöner? Ich liebe Blau sehr. Ich liebe Blau sehr. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Ja, wann sollen wir gehen? Ja, wann sollen wir gehen? Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Wie viele Tage hat Michael frei? Michael ist nicht im Urlaub. Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann es nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020